Ja, gegen 9.30 Uhr hatte sich eine Frau bei der Kitzinger Polizei gemeldet und hat mitgeteilt, dass sie sich Sorgen um eine 62-Jährige machen würde, weil diese nicht zu einem vereinbarten Treffen gekommen sei. Meine Kollegen der Kitzinger Polizei sind dann nach Fröstockheim gefahren und haben das Einfamilienhaus überprüft. Darin haben sie dann eine leblose Frau gefunden und ein Notarzt konnte letztlich nur noch den Tod der 62-Jährigen feststellen. Derzeit laufen die Ermittlungen auf Hochtouren und in diesem Zusammenhang wurde auch ein Tatverdächtiger noch am Vormittag vorläufig festgenommen und die weiteren Ermittlungen richten sich jetzt auf die genaue Rekonstruktion des Tatgeschehens.